hallo liebe freunde heute sind wir im weinberg heute werden wir esker stöcke zurückschneiden hier ist ein esker stück und das zeigt sich dass der nicht ganz ausgereift ist das holz schneit sich grün und braun so sieht man das und wir werden den jetzt zurückschneiden und sanieren hier sieht man das ganz deutlich das ist nicht grün das ist braun das ist abgestorben die esker krankheit ist eine pilzkrankheit die um 75 1975 aus dem süden eingeschleppt wurde und den rebstock befällt die werden dann im sommer gezeichnet die rebstock ende des sommers sieht man das und werden jetzt wie gesagt saniert jetzt ist das abgesägt abgeschnitten und jetzt fangen wir an abzusägen der stock ist nun angesägt und ich stelle fest die esker krankheit diese pilzkrankheit ist ganz tief im stamm jetzt kann man noch mal probieren in tiefer abzusägen und die schadhaften teile zu und befallten teile zu entfernen aber ich glaube das wird nichts ich probiere es aber wie gesagt hat nicht funktioniert ist total mehlig befallen und ich muss ihn ganz aushauen und dann durch den jungen rebstock ersetzen beim nächsten hat es funktioniert der ist ganz sauber der ist ganz heil jetzt werde ich ihn gleich mit so einer paste einschmieren und eine milch tüte drüber setzen dann schlägt er im frühjahr wieder aus und der so sanierte rebstock ist dann heil und kann noch viele jahre stehen hier seht ihr einen rebstock der schätzungsweise vor drei jahren so saniert wurde und hat wunderbar geklappt und zeigt kein schadbild nichts und wie gesagt kann dann viele jahre stehen hier hat es auch nicht funktioniert zu sanieren und der stock musste neu gepflanzt werden hier seht ihr einen jungen stock bei alten stücken